Als besonders unangenehm empfinden unsere Kunden eine gestörte Nasenatmung. Erst läuft die Nase ständig, später ist die Nase verstopft. Wenn dann auch noch Druckkopfschmerzen zukommen, bremst das viele im privaten und beruflichen Alltag unerwünscht aus. Doch genau das wollen viele nicht einfach hinnehmen. Wir erleben, dass sie sich eine einfache und unkomplizierte Lösung wünschen. Eine schnelle Linderung vieler Erkältungssymptome auf einmal. Und sie wollen aktiv und leistungsfähig bleiben, denn der Alltag geht ja weiter. Herr Franke, wissen Sie was? Ich sehe gerade, wir haben Ihren Vertrag vor vier Jahren zum letzten Mal angeschaut. Das ist schon eine Weile her. Lassen Sie uns mal drüber schauen, ob sich zwischenzeitlich irgendetwas geändert hat. Okay, wenn es schnell geht, ja. Sie haben eine Modelleisenbahn erwähnt. Wie lange sammeln Sie ihn denn schon? Ja, ungefähr seit 20 Jahren. Ich habe da ein paar Loks im Waggon, das sind echte Sammlerstücke. Kriegen Sie im Laden schon gar nicht mehr zu kaufen. Was würden Sie denn so schätzen, dass die wert ist? Oh, so 10.000? Oder eher ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber das können Sie mal davon nicht erzählen, ja? Natürlich nicht. Möchte ein Vermieter seine Immobilie durch uns erfolgreich vermieten, wird zunächst ein Besichtigungstermin ausgemacht. Vor Ort erfolgt eine Bestandsaufnahme. Anschließend beraten wir den Vermieter hinsichtlich der zu erzielenden Miete. Also, kalt bitte, bis dahin, nein, ja. So, machen wir das jetzt mal? Auf geht's noch was.